GeilerNoodle sagt gerade, wenn du mit LoL wieder anfängst, zocken wir zusammen. Und wenn du mit LoL oder COD generell wieder anfängst, dann gucke ich, dass ich das auch so schnell wie möglich mal bekomme, weil das geht ja nicht so weiter. Wenn ich mit was mache? Wenn ich was wieder anfange? Mit COD. Ja, das geht nicht so weiter. Ähm, Ed Pirat, wenn du den, die, Dynamos hast, würde ich den Pulverizer und Powered Furnace, um Energie zu speichern benötigst, jetzt kommt eine Amira-Meldung, ähm, um die Energie zu speichern, benötigst du deine Energy-Cell. Die Kabel dafür heißen Energy Conduit. Ich glaube, das siehst du dir lieber selbst mal durch. Ich habe ganz ehrlich kein Wort verstanden von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also, der Fabian hat gerade geschrieben, Ed Pirat, wenn du den oder die Dynamos hast, würde ich den Pulverizer und Powered Furnace bauen. Um die Energie zu speichern, benötigst du deine Energy-Cells. Die Kabel dafür heißen Energy Conduits. Also, was ist der nächste Schritt, nachdem ich einen Dynamo habe? Du baust Pulverizer und Powered Furnace. Okay, ich habe den Steam-Dynamo, habe ich jetzt. Und jetzt brauche ich den Pulverizer. Gehe ich von aus. Und Powered Furnace. Ähm, und N-Content Gaming fragt mich gerade per Skype, den kennst du hoffentlich noch, den Flo, ne? Natürlich. Ähm, er hat es demnächst vor, ein Call-of-Duty-Turnier zu machen. Ähm, und wollte dich ganz gerne fragen, ob du da eventuell ab und an mal in deinen Videos sagen könntest, ähm, dass da man eventuell vorbeischauen könnte, weil er hat Angst, dass er nicht genug Leute zusammenkriegt. Ähm, weil... Jetzt hast du es ja schon erwähnt. Ja, deshalb, ich bin ein kleiner Schlingel. Er will das als 100-Abonnenten-Special, so ein Call-of-Duty-Turnier machen. Ähm, und mit so wenigen Leuten wäre das relativ scheiße. Von daher fragt er, ob ich und du oder du und ich... Eine ganz feinable Frage. Es ist jetzt aber schon das achte 100-Abonnenten-Special von ihm, oder? Äh, ich glaube, er ist das fünfte, aber... Ich weiß nicht. Er ist zu geil drauf. Echt. Also Flo ist jemand, der gibt sich wirklich Mühe und der macht wirklich gute Qualität. Ganz ehrlich. Ja. Aber er hat es drauf aus irgendeinem Grund, der mir total unerklärlich ist, immer wieder einen Grund zu finden, warum er seinen Kanal neu macht. Und er fängt immer wieder von Null an und baut sich immer wieder auf. Ich meine, manch einer jammert, weil er nie auf 100 Abonnenten kommt. Er schafft es, aber er gibt den Kanal immer wieder auf und fängt einen neuen an. Wobei, mit seinem Jetzigen ist er relativ zufrieden. Bis jetzt? Er hat er noch nicht nur angefangen. Bis jetzt. Also, das ist so... Ey. Wobei, so lange hat er den noch. Ja, genau. So lange hat er den noch nicht. Richtig. Ja, du hast genau das gesagt. Ich gucke gerade mal nach. Äh, nee, warte mal. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das war mit Gold und Redstone hier. Alles klar, ich verstehe, ich verstehe. Ich werde das so machen hier, ja? Man muss dazu sagen, er hat 85 Abonnenten und schon 165 Videos. Er ist erfolgreich. So, ich habe nicht geflamed. Ganz ehrlich, das warst du jetzt gewesen. Ich habe 143 Abos und keine Ahnung, was sind das? 37 Videos. Angeber. Warum hast du denn so viele Abos? Äh. Oh, Bubut. Oh, Bubut. Oh, nein. Nein, der nette SP lässt mich ja in seinen Videos verkaufen. Ha, nein. Doch. So, weiter geht's hier im Text. Mein Quatsch. Unter anderem. Ähm, hast du Flint auf Tasch? Nee, oder? Äh, Flint 1. Ich brauche 2. Scheiße. Ich habe doch bestimmt noch Kies hier irgendwo, ne? Ähm, ich glaube, wir müssen mal... Ich habe genau ein Kies gerade auf Tasch. Und das eine Flint kam raus und ist runter ins Wasser geflogen. Du verarschst mich. Ich habe es gefunden. Du gehst doch wahrlässig aus damit, oh mein ich. Okay. Äh, Maserator Redstone, alles klar. Äh, der Spiggy fragt gerade, wie ist die TS IP? Und mein lieber Spiggy, die bekommst du nicht oder noch nicht? Wir spielen heute noch Community, spielen wir kein Community, PvP und so, oder? Ist das jetzt eine Frage an dich gerichtet? Äh, warte mal kurz. Alphrox, der, der, der Livestream geht jetzt eigentlich noch ein bisschen länger. Es ist fast eine Stunde schon wieder rum, alter Schweden. Nee, nicht ganz, dreiviertel Stunde. Ähm, geht aber mindestens bis halb elf. Vielleicht auch verlängerns. Alphrox, das Problem ist, dass wir keine 100 Viewer drauf haben. Heute ist sowieso ein bisschen schlechter von der, von der, von der Vieweranzahl. Dementsprechend haben wir das Problem, dass, ähm, sag schon. Sag an, wo bist du? Hast du mir den Flint gegeben? Ja, ich habe dir zugeworfen, eigentlich. Ah, danke dir, habe ich. Äh, das Problem ist halt, dass wir dann eben halt die Qualität nicht einstellen können. Und was, ja, was zugegebenermaßen ein bisschen bekloppt ist. Aber, nur eine Möglichkeit wäre es, wenn du rechts rein drückst, hier, na, rauf klickst auf die, wie heißt das noch gleich nochmal? Auf den, auf den Dingster, Boomster, you know what I mean. Und wenn nicht, wird das dir Niklas euch erklären. Äh, meep. Ja. Du klickst rechts hier ins Bild rein und dann kannst du die Qualität unterschrauben. Es klappt manchmal. Das ist echt das Problem, was ich nicht unterstellen kann. Okay? Okay. Äh, der geile Nubel sagt gerade, er hat 80 Videos und 90 Abos. Geht's halt, Junge? Ähm, Abramov 99. Aus welcher Stadt? Berlin. Aber unten, tut mir mal den Gefallen, unten steht irgendwas mit Ask.fm. Und da könnt ihr mir Fragen stellen. Und ich würde mich echt freuen, wenn er da einfach mal drauf geht und mir ein paar Fragen stellt. Die Fragen sind ja dann gespeichert auch. Und ich beantworte die, also euch gerne hier im Chat auch. Aber wäre cool, wenn da so ein bisschen noch mehr so an Fragen dann vorkommen und rumkommen und so weiter, dass man da einfach mal, ja, gepflegt drüber schnacken kann. Das wäre eine coole Sache, wenn ihr Bock habt. Und da ihr Bock habt, freut mich drauf. Ah, der Fabian Thielen hat uns gerade eine schöne Übersetzung gegeben. Der Pulverizer ist sowas wie der Macurator oder Macurator. Den kennen wir ja noch. Und der Redstone Furnace ist sowas wie der Electric Furnace. Okay. Ich frage mich gerade, ob ich den Pulverizer nicht bauen kann. Äh, du musst da noch einen... What the fuck? Aquaeos Akkumulator bauen. Um... Um das Wasser für den D-Dynamos zu produzieren, würde ich einen Aquaeos Akkumulator machen. Und Shanos ist da. Hallo, Shanos. Hi, Shanos. Abend. Ich hoffe, es geht heute bei dir mit dem Stream angucken. Hattest du nicht mal so einen Begrüßungspot oder so? Ja, der war durch, 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 durch... Smoky, Just Smoky. Aber irgendwie... Er wollte mir nochmal geben. Hat er noch nicht gemacht gerade. Ey, Leute, ich habe genau das gebaut, wie es hier drinnen steht, wa? Das kann doch nicht sein. Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? Die mögen dich alle nicht. Ne, jetzt mal ganz ehrlich. Ist kacke. Guck dir das mal an. Ich, ich kann den, ich kann den Pulverizer nicht bauen. Und ich weiß nicht, warum. Hast du noch eine Ahnung? Ne, tut mir leid. Spiegelgrad fragt gerade, wann zongen wir zusammen. One? One, one. Wann hat er denn Bock zu docken? Bald. Wenn wir hier fertig sind. Warum ist denn der Fernseher aus? Weil der ist aus. Oh mein Gott, es läuft He-Man, Junge. Schon wieder? Ja. Neue Folge und so. Nein. Das ist die, wo er seine Hand hebt und wieder runterlässt. Nein. Mr. Greyfish. Alter Schwede. Ich bin so fasziniert, oder? Das ist zum Gute-Nacht-Schlafen hier. Guck mal, vielleicht kann ich jetzt irgendwie ändern, wenn ich jetzt hier so morfe. Wollen wir sowieso mal schlafen gehen? Äh, ja. Der Spiegel hat jetzt gerade festgelegt, dass wir jetzt gleich zocken werden zusammen. Der Spiegel kann sowas festlegen, ja? Ja, er hat gerade, äh, davor hat er gefragt, wann zocken wir zusammen? Und danach hat er als Ausgabe gesagt, jetzt gleich. Was ist der, der ist ja wirklich... Du hast falsches Ingot benutzt. Ey, da steht Copper Ingot. Und wie viel Copper Ingot gibt es denn davon? Äh, im Ticket gab es glaube ich zwei oder drei. Ja, aber das war doch der, Freunde der Sonne. Da steht's doch. Ich meine, das ist das andere, das verstehe ich, ja? Aus hier. So. Da kannst du dich jetzt auch mal schlafen legen, ich will nicht die ganze Zeit auf dich warten. Es ist das richtige, verdammte Axt. Ey. Da, ich hab normales Copper verbrannt und daraus hab ich normales Ingot bekommen. Ähm, ähm, du musst bei dem Proverizer in die Mitte klicken. Da fehlt ein Item, was bei dem Texture Pack nicht angezeigt wird. Schreibt gerade der Game Freak XD. Ah, ja, 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 ich hab gerade gesehen. Respektabel. In der Mitte muss noch ein Machine Frame rein. Ein Machine Frame? Frame. Sorry. Hab mich versprochen. Äh, warum kann ich denn jetzt schon wieder? Hab jetzt auch der Fabian geschrieben. Da. Oh, alles klar. Masch... Nee, Quatsch. Machine Frame? Welcher ist denn das? Ah. Das geht nicht. Kann ich den nicht mal mehr eingeben? Welcher ist denn das, verdammte Axt? Leute. Wenn der nicht angezeigt wird, dann wird der nämlich generell nicht angezeigt zum Bauen, oder? Dann muss ich das einfach so nachbauen, was ich da finde. Oh, guck mal kurz mit dem Biki nach. Ist ja übel. Lass uns mal schlafen gehen. Oh, jetzt auf einmal. Ja, jetzt bin ich runtergesprungen und hab vergessen, die Wechsel hochzulegen. Flieger Wechsel. Kommt sofort. Wird gleich da. Du hast ein falsches Ingetanke nochmal auf jeden Fall. Aber es war falsch. Äh, Klippel mit dem Pulverer genau in die Mitte und so weiter. Mal schauen. Äh, Fabian, der Pirat. Weil du jetzt ein Rezept... Achso, auch aufgezeichnet so ein Ingetzend richtig. Danke. Hello. Hello everybody in the house. Where? Nimm einfach das Rezept aus dem angezeigt worden Pulverer. Okay. Och, jetzt morph doch mal zu Ende, Freundchen. Ähm, Muts all live in Greece. Echt? Ja. Aber ich glaube, Greece schreibt man so nicht. Habe ich mir gerade auch gedacht. Also, oder? Ich glaube mit Doppel-E und dann ein Z, oder? Ach, geht die Scheiße nicht. Der, ähm, Fabian schreibt gerade noch, der Frame wird bei dir generell nicht angezeigt. Wow, holy moly, da steht ein Zombie auf der Brücke. Okay. So, das heißt, ich brauche jetzt Sachen. Ich brauche Eisen und Gold, ist unwiderruflich. Genau wie die Ehe. Das ist scheiße. Eisen, Gold und Glas soll ich nehmen. Okay. Ähm, habe ich denn noch Gold? Gold habe ich nicht mehr. Wir haben so viele Erze, aber keine davon brauchen wir wahrscheinlich. Na, ich bin mal, ich bin mir nicht sicher. Also, es sieht momentan recht interessant aus. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich es anordnen muss. Habe ich denn bescheuert heute? Wir haben Sherrywood. Wir haben so viel. Alter, das sieht ja mal geil aus. Das benutzen wir auch noch. Das lege ich jetzt mal einfach so fest. Spiegi fragt gerade, ob, wenn wir mit der Community spielen, dann auf einen TS gehen, wo auch sie drauf kommen können. Ja, machen wir. Ich muss echt hier auf Verdacht gerade. Auf Verdacht gerade gucken, wo das scheiß Ding ist. Das geht mir richtig auf und sagt, weißt du ja gar nicht, wo das Ding liegt. Wo ist das denn jetzt? Äh. Ich finde meinen, tut mir leid, dieser Frame, der geht mir richtig auf den Senkel. Weil ich weiß nicht, wo der ist. Äh, guck doch einfach mal im Wiki nach, dem Pulver Racer, und dann klickst du auf den Machine Frame. Ich habe ein Machine Frame gebaut. Aber da der mir nicht angezeigt wird, ist der unsichtbar. Geil. Gar nicht so blöde. Und jetzt habe ich den ja eigentlich reingepackt. Aber der ist nicht da. What the heck? Wo ist denn der jetzt hin, Mann? What the heck? Leute, ich verstehe das nicht. Habe ich den jetzt hier irgendwo hingeschmissen oder so? Habe ich den jetzt aufgesammelt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Machine Frame ist. Da ist er. Ey. Da geht es mir. Jetzt ist der Machine Frame da. Boah. Geht mir so richtig auf den Nerven, wenn mir das nicht angezeigt wird, oder? Du bist echt, du bist, das ist ein Mysterium. Wahnsinn. Aber jetzt kommt der Pulverizer. Ja, Mann. Wir haben den Pulverizer. Respekt. Wie wir das bloß geschafft haben, irgendwann in der gefühlten 25. Tausendsten Folge hier. Ey. Okay. Sorry, Leute. Endlich. Es wurde auch Zeit. Aber wirklich. Wie viel, was war noch so gewesen? Was musst du nochmal bauen? Ja, schon wieder. Ich scrolle mal hier hoch. Oh Gott. Der Flo schreibt gerade in den Chat, was ist ein Handy auf dem Kopf? Ein Handicap. Du sollst mal das Default-Texture-Pack nehmen, was nebenbei eine sehr gute Idee ist, schreibt gerade der Fabian. Mit Scheiße aus. Mazzauer, we speak German. Furnens, Furnens, Furnens. Er schrieb, also Pirat, wenn du die Dynamos hast, würde ich den Pulverizer und Powered Furnens, um die Energie zu speichern, würdest du ein Energy Cell? Kabel dafür heißen. Also erstmal brauchen wir auf jeden Fall noch ein Powered Furnens und eine Energy Cell. An alle, die gerade gefragt haben, wie lange der Stream noch geht, beziehungsweise wie lange wir noch streamen. Wir streamen höchstwahrscheinlich noch so lange, bis wir keinen Bock mehr haben. Oder? Oder? Könnte sein. Ende hast du nicht gesagt, ne? Okay. Nee. Alter, der hat schon wieder eine neue Nachricht dir gesendet. Lest du das mal? Ich verstehe ja sowieso nichts gerade. Jetzt muss ich mich mal genau auseinander mitsetzen. Du musst dich auseinandersetzen? Ja. Furnen. Bin ich falsch geschrieben gerade? Ähm. Ich bin total überfordert. Das ist sehr interessant, Mazzauer. Aber ich glaube, wir können Greek sprechen. Der hat mir das gleiche nur reinkopiert, Kollege. Das hättest du aber lesen können. Mann. In welchem Bereich im TS seid ihr dann? Schreiben wir dir gleich. Spiggy. Spiggy. Ich würde auch sagen, dass wir sowieso gleich jetzt hier das beenden. Wir werden auf jeden Fall dann die Tage, die Monate, die Wochen. Nicht nur die Tage und Monate. Ich denke, wir werden dann definitiv, definitiv werden wir was mitnehmen. Und zwar, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die ganzen Sachen bauen. Und das sagen wir jetzt auch schon etwas länger. Ja, aber diesmal jetzt. Jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich angefangen. Jetzt ist das eine mal. Ja, natürlich. Jetzt habe ich richtig. Jetzt habe ich verstanden, um was es hier geht. Es geht um. Du hast verstanden, um was es geht? Natürlich. Sex, Drugs und Rock'n'Roll und was sonst? Also wirklich. Ach so. Ja. Natürlich. Der alte Rocker hier. Ne, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das beim nächsten Mal richtig aufbauen. Kann man das jetzt hier ernten oder muss man das totschlagen? Keine Ahnung. Alter, mein Drache ist ja schon voll groß jetzt. Ja, echt? Cotton's. Ja. Ach so. Bei ihm sieht man jetzt mittlerweile schon richtig die Schoppen. Wow, wo ist mein Drachen überhaupt? Wo ist mein Drachen? Wie hat er das gerade nochmal mit Drachenzähmen leicht gemacht? Ja, ich springe einfach ins Wasser, der muss hinterher kommen, oder? Hühner. Überall Hühner. Diese ganzen Hühner. Hast du ihn getötet? Sunny ist da, Sunny ist da. Hallo, Sunny. Sunny Colonia. Nagen. Freut sie mich, dass du da bist? Ich frage mich gerade, ohne Scheiß, ob Mazzor Deutsch spricht. Er hat nämlich jetzt gerade geschrieben, hallo, sprich Deutsch. Kann natürlich sein, dass er einfach den Google-Übersetzer benutzt hat. Aber selbst der würde nicht Dury's falsch schreiben. Man lasst dich doch nicht einfach verarschen, Alter. Du hast die ganze Zeit verarschen lassen. Nein. Wo ist der denn bei meinen Schweinen? Was machst du denn da? Na interessant. Gut, Karotten. Ich werde gerade nochmal die Schweine kurz hier die letzten Paaren. Also beim nächsten Mal wenigstens wieder was zur Fresse haben. Ja, mit dem Texture Pack muss ich überarbeiten. Ist okay. Da brauchst du meine Fishing Road. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal eine Runde schön mit PvP und Midi Games. Hast du zufälligerweise einen Fisch? Ob ich einen Fisch habe? Ja. Kannst du ja in der nächsten Folge machen. Also. Okay. Wir sehen uns bei der nächsten Tekka-Zubi-Team-Aufnahme. Aber gleich geht es erstmal in PvP und Co. Und das war es. PvP und Co. Und der PvP und Co. Das war es erstmal hierfür. Und ich habe schon wieder Bock mit euch zu zocken, Alter. Das geht gar nicht.